Hallo und herzlich willkommen zum SHK-TV-Magazin. Contracting bietet für das SHK-Handwerk gute Umsatzchancen im Heizungssegment. Ein Konzept zusammen mit dem Großhandelshaus Pietsch und dem Contracting-Anbieter German Contract setzt jetzt das SHK-Unternehmen Völler aus Nordtulm um. Contracting bietet hier für unsere Kunden viele Vorteile. Stellen Sie sich vor, so eine Anlage kostet schnell 30.000 Euro. Diese Investition ist vielleicht nicht geplant, soll aber trotzdem durchgeführt werden. Und hier können wir mithilfe von German Contract gute Erfolge erzielen und diese Maßnahmen dann doch umsetzen. Der Kunde wird hier in die Lage versetzt, Energiesparmaßnahmen vorzunehmen, obwohl er vielleicht nicht selber über die liquiden Mittel verfügt oder er verfügt über sie. hat sie aber bereits so anders verplant. Darüber hinaus bietet German Contract mit diesem 15-jährigen Contracting-Vertrag uns natürlich auch die Möglichkeit, hier eine wahnsinnig lange Kundenbindung hervorzurufen. Darüber hinaus sind wir mit der Wartung ständig im Haus, haben also immer guten Kontakt zum Kunden, was wiederum auch zu Folgeaufträgen führt. Der Kunde erhält hier ein Rundum-Sorglos-Paket. Er hat für die 15 Jahre oder in den 15 Jahren dann auch 15 Jahre Vollgarantie. Und das gibt es, glaube ich, sonst nirgendwo. Das Contracting-Angebot ist in das Green Energy-Konzept von Peach eingebettet. Ein Informationsabend für Endkunden fand jetzt in der Ausstellung bei Peach in Münster statt. Green Energy bietet uns als Handwerker eine sehr gute Möglichkeit, ein Verkaufsgespräch, was man eigentlich nur vom Badverkauf her kennt, auch für den Heizungsbereich sehr strukturiert vorzubereiten und dann auch durchzuführen. Und Green Energy bietet, und ich meine, da sind sie die einzigen auf dem Markt, eine tatsächliche Einspargarantie. Das heißt, das, was wir dem Kunden da versprochen haben an Energieeinsparung durch den Einbau eines neuen effizienten Kessels, wenn das mal nicht eintritt, dann wird dieser Nachteil, den der Kunde dadurch erfährt, durch eine Garantieauszahlung tatsächlich in Geld, dann wieder wettgemacht. Und dies zusammen mit dem Contracting-Modell, denke ich, ist eine hervorragende Lösung, dem Kunden Möglichkeiten zu bieten, Kessel jetzt schon zu sanieren und nicht erst darauf zu warten, bis das Geld tatsächlich zur Verfügung steht. Das Green Energy-Konzept von Peach soll das Handwerk aktiv in der Beratung und im Verkauf von Heizungsanlagen unterstützen. Mit dem Green Energy-Konzept können unsere Fachhandwerker die Endkunden strukturiert, gezielt und ganzheitlich beraten. Das wird möglich durch eine Vielzahl an Prozessoptimierungen, Verkaufstrainings mit absoluten Profis, ich sage mal, Instrumenten wie zum Beispiel Apps zur Verkaufsunterstützung, Checklisten, aber auch viele Instrumente zur aktiven Marktbearbeitung. Ziel unserer Fachhandwerker war es vor allem in der Kundenabwicklung noch schneller und noch professioneller zu sein und dabei hochwertiger zu verkaufen. Und deshalb haben wir da auch einige Marketingunterstützungen ins Leben gerufen, wie zum Beispiel die Energieeinspargarantie. Es ist so, wenn ein Endkunde bei einem Green Energy-Partner eine Heizungsanlage kauft, mit regenerativem Anteil, bekommt er eine Einsparung garantiert. Die richtet sich natürlich nach seinem jetzigen Gebäudestandard, aber er bekommt keine vage Versprechung, sondern wird diese Einsparung nicht erzielt, bekommt er die Differenz erstattet. Und das bietet für den Endkunden eine wahnsinnige Sicherheit. Und daher ist die Kooperation mit German Contract eine ideale Ergänzung, um das Angebot zu erweitern. Denn hier geht es vor allem um die Finanzierung und den sicheren Betrieb von Heizungsanlagen über 15 Jahre. Ganz wesentlich dabei, unsere Partner sind völlig frei in der Kalkulation, in der Angebotserstellung, sprich in der Anlagenauswahl und in der Umsetzung. Und das war uns auch besonders wichtig. Das mit der Contracting-Veranstaltung und Green Energy, diese Kombination ist die erste Veranstaltung gemeinsam mit der Firma Völler aus Nottel. Und wir planen das Contracting, weil es halt auch vom Markt gefordert wird, von einigen Endkunden immer weiter auszubauen und mit unseren Green Energy-Partnern dann gemeinsam den Markt zu bearbeiten. Also das wird sicherlich nicht die einzige Veranstaltung sein, sondern es wird der Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen sein. Durch die Zusammenarbeit mit German Contract und Green Energy hat der SHK-Handwerker die Möglichkeit, die Umsätze im Heizungsbereich erheblich zu steigern. Und zwar dahingehend, dass er seinen Kunden einen Full-Service anbietet mit unserem Produkt, sodass der Endkunde alternativ zum Kauf der Heizungsanlage den Full-Service wählen darf, ohne eigene Investitionen die Heizungsanlage bekommt. Parallel dazu auch alle Dienstleistungen, Full-Service-Dienstleistungen, bis hin zur Servisierung der Heizungsanlage. Und immer mehr Kunden entscheiden sich für diese Variante. Und so besteht die Möglichkeit, dass der Fachhandwerker so seinen Umsatz vermehren kann und eben dafür Sorge trägt, dass immer mehr Kunden Heizungsanlagen bauen, ohne eigene Investitionen und damit schon sofort die Energieeinsparpotenziale nutzen können. Das war unsere Magazinsendung für heute. Schauen Sie schon am Donnerstag zu den Nachrichten wieder bei uns rein. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschau, 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 tschau. Schau. Das war sie. Kannst du auch ausprobieren, sonst alles? Ja, egal.